Jetzt geben wir voll Gas, zocken mit Herz und die volle Dröhnung ab, jetzt! Moin und herzlich willkommen, hier ist Phil, euer Zocker mit Herz. Wir spielen weiter Harry Potter und Ornith, bitte äh, das ist der Phönix, auf Playstation 3. Und ja, wir sollen jetzt zu Neville Longbottom und dann, oder beziehungsweise liegt auf dem Weg von unseren Aufgaben und dann zu Verteidigung gegen die dunklen Künste. Musst du jetzt nicht zu Verteidigung gegen die dunklen Künste? Unsere neue Lehrerin macht nicht gerade den Anschein, als würde sie Unpünktlichkeit dulden. Das ist mir doch lax, gehe ich jetzt hier richtig? Die Otze sollen schwerer sein als die Zacks, glaubst du? Loll, die hintere mit den orangenen Haaren zuckt, obwohl ich nicht mal in ihre Nähe lief. Ähm... Ähm... Sammelt er dir automatisch ein? Ja. Ich bin es. Diddle, 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 hi. Hi, hey. So schwer. Also in Anführungsstrichen. Ah, hier. Ähm... Es geht verhältnismäßig präzise. Loll, wo fliegt das Bild hin? Easy. Das ist immer noch nicht richtig, ne? Kann doch sein. Jetzt, ne? Zauber sind mächtiger, also man muss schon ein bisschen... Was tun? Ja. Cool. Ist mir aber scheißegal. Du hast es zumindest versucht, Neville. Tu den Zauberstab weg. Er scheint in Schwierigkeiten zu stecken. Richte deinen Zauberstab auf sie. Hey. Glaubst du etwa, wir hätten Angst vor dir? Kamine. Das sag ich meinem Vater. Danke. Ich wollte sie abhalten, ein paar Erstklässler zu ärgern. Aber dann sind sie auf mich losgegangen. Du hast es zumindest versucht, Neville. War es nicht gegen die Schulordnung, Hermine? Gehen wir zur Verteidigung gegen die dunklen Künste. Cool. Keine Ladezeit. Das ist gut. War hier nicht irgendwas, was geleuchtet hat? Ne. Mir war so, als wenn ich hier irgendwas zaubern könnte. Gut. Also wegen Punkte, ne? Was auf dem Weg liegt, mache ich auf jeden Fall. Ich renne nirgendwo anders nicht zwingend hin. Äh, ja. Wir sollten jetzt wirklich zur Verteidigung gegen die dunklen Künste gehen. Ja, weiß ich nicht. Das sind so im Raum oben? Ich kann mich da ganz oben an den Raum der Wahrsagung hier erinnern. Oder wie der Käse hieß. Der, 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 ähm, Kunst, Kunst der, ne, das war was anderes, Kunst der Tassiomantie oder so aus Tassen zu lesen. Das war was anderes. Aber das ist ja die gleiche alte. Kann man irgendeinen Zauber? Wir müssen zur Verteidigung gegen die dunklen Künste. Ach so, haben wir das jetzt? Neville. Noch blöd. Oder blöd dargestellt. Neville ist trotzdem eine coole Sau. Äh. Ja. Ab geht's. Bis jetzt macht's Spaß. Wieso? Wenn das mit dem Sammeln nicht in den Vordergrund gerät. Dieses, dieses Getreue, ne? Dieses ziemlich nah am Original. Zauberstäbe weg, Kinder. Nun zu den Zacks, den Zaubergrade-Prüfungen. Z.A.G. Lernen Sie konzentriert, dann werden Sie von mir belohnt werden. Wenn Sie es nicht tun, werden die Konsequenzen möglicherweise hart werden. Hier steht kein einziges Wort darüber, wie man defensive Zauber wirkt. Zauber wirken? Ich kann mir nicht vorstellen, wozu Sie einen defensiven Zauber brauchen. Oh, keine Ahnung. Vielleicht, weil Lord Voldemort wieder da ist. Das ist eine Lüge. Das ist keine Lüge. Er stand vor mir. Ich hab ihn bekämpft. Nachsitzen, Mr. Potter. Herr Cedric getötet. Nach Hel, in meinem Büro. Also, jetzt lesen Sie bitte Kapitel 1. Allgemeinheiten für Anfänger. Das war ja super. Ich fass es nicht, dass sie in unserem Zackjahr keine Zauber mit uns übt. Darüber zerbrichst du dir den Kopf? Dass ein Lehrer mich Lügner genannt hat, ist dir wohl völlig egal. Fragen wir doch mal Fred und George. Hat Lorde recht. Sie haben die fünfte Klasse schließlich schon hinter sich. Die beiden? Ach, die haben doch eh nichts als Blödsinn im Kopf. Wir haben doch nichts zu verlieren, stimmt's? Na los, suchen wir sie. Kade des Rumtreibers sofort. Einmal rechts und dann... Wenn nur eine ist, dann kann ich nicht hoch und runter, okay. Aber das ist eigentlich ganz cool, find ich. Dass man sich irgendwie groß hin und her ehren muss. Hä, bin ich falsch? Ja. Hey, 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 hey. Die Rassisten, die auf dem Schulhof hier. Schlammblüter war Teil 3, Alter. Obwohl, das ist ja nie weg, aber... Na los, suchen wir Fred und George. Suchen wir Fred und Gorge. Kann ich mit dem Vorabort machen? Den Puso! Wingardium Leviosa! Ah, cool. War schon. Yo, yo, yo. Da muss ich sogar lang. Was ist das? Ne. Ich glaub, da brauch ich einen Feuerzauber für. Das hinzukriegen ist echt nicht einfach. Also, vielleicht bin ich auch zu blöd oder der Controller ist schon zu abgenutzt. Oh Gott. Jetzt mach ich das schon mehr, als ich will. Aber das macht noch Spaß irgendwie. Und man sieht Progress. Und das Spiel wird nicht abgebrochen und unterbrochen. Was steht jetzt an? Sieh auf der Karte nach, dann müssten wir sie finden. Ähm. Ne. Die so Risse haben, ne? Eigentlich. Die haben alle, alle Risse. Ne. Ich muss mal gucken. Ich bin grad dumm. Zauberliste. Incendio brauchen wir nämlich zum Beispiel. Ja, das ist, das ist cool. Dass das so nochmal geht. Ne. Hallo. Oh, verpiesel dich. Ja. Ist alles okay. Ich hab hier noch irgendwas zu reparieren oder so. Frag Fred und George. Hallo, Vertrauensschüler. Schaut ihr nach, ob wir keinen Unfug machen? Was möchtest du uns fragen? Es geht um Umbridge. Sie weigert sich in Verteidigung gegen die dunklen Künste, Zauber mit uns zu üben. Wissen wir. Und wir sollen euch helfen? Was meinst du, George? Bei diesem armseligen Haufen fangen wir lieber ganz von vorne an. Zauberstäbe raus. Der beste Gegner ist ein Gegner ohne Zauberstab. Zeigen wir es ihm, George? Aber gerne, Fred. Seht genau her. Expelliarmus. Superb, George. Ich dachte, du hättest im Unterricht geschlafen. Aber das werde ich bei der anderen Sache nochmal sagen. Expelliarmus. Das alles so zum Laufen zu kriegen. Mit Aufnehmen und Bild und... Und mit Sound. Dass ich Sound kriege. Oh Gott. Und die Köpfe dürfen auch nicht kaputt gehen. Sonst brauche ich wieder extra welche. Weil die PS3 erkennt über den USB keine Soundtreiber. Gut gemacht. Sogar Ron hat beinahe den Dreh raus. Klappe. Expelliarmus habt ihr also drauf. Aber wenn ihr wollt, dass ein Slytherin das Grinsen vergeht, gibt es nichts besseres als du vor. Fred macht's ein Vor. Die drehen. Nicht übel. Jetzt du Harry. Stell dir einfach vor, ich wär Malfoy. Jetzt bringst du den beiden bei. Du hast den Woh. Einfacher auf jeden Fall als Reparung. Nicht schlecht, gar nicht so übel. Tschüss dann. Wir haben noch viel zu tun. Leute treffen, Geschäfte machen. Du solltest die Zauber bei Gelegenheit üben. Aber womit sollen wir denn üben? Mit jedem Slytherin, den ihr seht. Bis später. Okay. Harry, sag mal, musst du nicht zum Nachsitzen? Wir warten vor Umbridges Büro auf dich. Okay, bis später. Das ist nett. Du hast du Ärger, Potter? Nein. Expelliarmus! Das ist nett. Er hat aber seine Waffe noch. Easy, Harry. Und bis jetzt macht es noch Spaß. Mal gucken. Guten Abend, Mr. Potter. Sie wissen, weshalb Sie hier sind? Ja, weil ich die Wahrheit sagte. Ich entscheide, was die Wahrheit ist. Ich soll keinen Lügen erzählen. Was ist mit deiner Hand? Umbridge hat sich doch nur schreiben lassen. Reden wir mit Hermine. Sie weiß sicher, was für deine Hand. Hermine, sieh nur, was Umbridge Harry angetan hat. Diese Frau ist wirklich ein Monster. Du musst Dumbledore davon erzählen. Nein, das gönne ich Umbridge nicht. Nun, eine Essenz aus eingelegten und filtrierten Mordlab-Tentakeln würde helfen. Aber ich muss nachlesen, wie man sie herstellt. Lass mich raten. Wir müssen zur Bibliothek? Ich weiß, dass du allergisch gegen Bücher bist, Ron. Hey, du da unten! Ich schwöre feierlich, dass ich ein Tunichtgut bin. Ah, oh, links sind Orte. Gut zu wissen. Unheil angerichtet. Und das schaffen. Im zweiten Stock der großen Treppe gibt es hinter einem der Portraits einen Gang. Du möchtest doch, dass jemand deine Schmerzen lindert, oder? Warte mal, jetzt muss ich kurz was gucken. Nö. Na, dann putz doch. Wenn ich das auf dem Weg liegt, nehme ich das natürlich mit. Ich muss das mit der rechten Hand präzise machen, nicht mit dem Daumen, das geht nicht. Ich bin zu blond denn dafür. Oh. Ein Hyhot. Nämlich die Punkte. Oh. Äh, ja. Hm. 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 Wo kommt das, wo kommt das Bild hin? Wo kommt das, ach hier, ne? Wahrscheinlich da. Pfff. Wo kommt das Bild ran? Wo kommt, ah hier. Okay, okay. Sag mal. Noch macht es mir Spaß und noch geht es mir nicht auf den Sack. Ich sehe es nicht. Das ist falsch, glaube ich. Ich muss das, sie und, die unteren beiden muss ich, glaube ich, tauschen. Ja, 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 ja. Na? Oder? Der fette Mönch ist immer glücklich. Wie macht er das bloß? Essen. Essen hält Leib und Seele zusammen. Na komm. Gehen wir zur Bibliothek. Na, hier in Zirka ja anscheinend nichts machen. Mhm. Tschüss. Tschüss. Mir fehlen drei Karten, mehr nicht. Hast du sie? So, alles, das wird auf dem Weg. Ist, wenn ich so oder so mitnehme. Okay, Helle. Mhm, 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 mhm. So, ich probiere es nochmal mit dem Daumen. Ne. Ich muss denn die ganze Hand nehmen oder zwei Finger? Ja. Meine Eltern sind Muggel. Okay. So, du, 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 du. Yo. Bis auf das. Ah, warte mal. Bis auf das Ambrot scheiße ist. Ja. Schnauze. Man kann mit den Dingen erforschen. Toll, dann haben wir jetzt ja schon drei, vier ausgelassen. Ja, dieses Kameradrehen vermisse ich trotzdem, dass das nicht geht. Hey. Oh, du möchtest doch, dass jemand deine Schmerzen lindert, oder? Nö. Geh mir doch nicht einfach auf den Sack, Alter. Geh mir bitte jemand seine Eule borgen? Keine Ahnung. Frag mich später nochmal, okay? Hier steht alle im Wege rum. Rabiml, rabaml, rabam. Bippe. Bippe. Ja, ja. Oh, hier. Hallöchen, Harry. Ja, das geht nicht. Wir gehen das noch da im Kult. Äh, Schritt. Du möchtest doch, dass jemand deine Schmerzen lindert. Ja, halt doch, de Kusch. Kann gerade nicht laufen. Jetzt. Ähm, ja. Wingardium Leviosa. Das ist der Kopf. Da war ich. Das weiß ich nicht. Ja, geil. Ähm. Ich würde sagen, hier. Ja, ja. Mach. Und neuerdings, wenn ich in einer bestimmten Position auf meiner Ellbogen liege, oder drücke, ne, so, jetzt hier sieht man nicht, äh, auf dem Sitz, äh, dann schlafen mir meine Finger ein. Rechts und links ist echt nicht schön. Ist mir doch egal. aber gut also stand schon die zauber sind mächtiger sie werden von alleine mächtiger das ist halt cool das buch müsste hier irgendwo sein sie riecht dagegen den wind wie man sich in ein vogel von gardium leviose sollte Seite. Hat jemand ein Netz? Psst, seid still, sonst hole ich Madame Pins. Egal wie du holst, Alter. Achtung, es bewegt sich wieder. Jetzt fliegt es nicht jede Ecke ab, oder? Einen schönen Tag wünsche ich Ihnen. Alles im Lack, Alter. Das ist nicht das richtige Buch. Das ist aus der verbotenen Abteilung. Nehmen wir. Es muss ausgebüxt sein. Wir sollten uns irgendwo hin verziehen, wo wir es ungestört lesen können. Also Hermine. Wie wäre es mit der Toilette der maulenden Myrte? Tolle Idee! Ja, das machen wir die nächste Folge. Toilette der maulenden Myrte. Badezimmer der Vertrauensschüler? Myrtes Badezimmer. Nice. Perfekt. Gut. Leute. Ich hoffe, es hat euch wieder gefallen. Hier machen wir einen Break. Bis jetzt gefällt es mir ziemlich gut. Auch wenn wir auf dem Weg immer diese Sachen machen. Aber das ist noch okay. Und noch macht es Spaß. Ja, wir spielen ja auch nur auf normal. Aber ich glaube, das kann man nicht umstellen. Ansonsten, wenn es euch gefallen hat und ihr es noch nicht getan habt, lasst ein kostenloses Abo da. Aktiviert die Glocke, um nichts mehr zu verpassen. Und dann würde ich sagen, ich schwöre feierlich, ich bin ein Tun nicht gut. Ein Tun nicht gut? Wieso habe ich jetzt hier den Kopf drehen? Ich schwöre feierlich, ich bin ein Tun nicht gut. In diesem Sinne, ich bin raus und Messetat begangen. Gehen wir zur Toilette der maulenden Myrte. Zocke mein Herz, ich bin für euch da. Zocke mein Herz, keep your head up. Zocke mein Herz, and make the force be with ya. Always.